Doki machen wir direkt. Gehen wir hier schön der Reihe nach. So, auf zur Kristallinsel. Klingt interessant. Ja, siehste, wir haben nur 4.500. Der Rest wurde uns geklaut. Hm. Ah, das ist ein Penner. Wir freuen uns schon auf das Kuppenverprügeln. Das wird echt schön. Okay, was ist denn hier los? Komischer Zauberer. Hm, okay. Sieht ja interessant aus hier. Eine interessant komische Welt. Hm. Spiro, du darfst es keinem verraten, aber wir haben der Zauber in Magie geklaut. Wir verstecken uns hier und üben damit umzugehen. Leider, es gab einen Unfall. Und alles ist zu Kristall geworden. Das scheint die Wesen hier aufgebracht zu haben. Hm, ja verständlich. Da habt ihr verkackt. Ja und ich soll jetzt hier aufräumen, ist klar. Natürlich muss ich das. Okay. Ich bin einfach viel zu nett. So, dass ich das hier auch noch mache. Da haben die so uns echt verdient. Okay, so einer war hier. Alles klar. So. Mhm. Gut, das hätten wir. So. Ja, Schnauze hier. Okay, es sind wieder solche Wesen da. Ah, es ist wieder ätzend. Da und er hat gewunken. Der ist eigentlich nett. Eigentlich. So, aber trotzdem. Tschüss. Wir sollen sie töten, also machen wir das. So. Wow, okay. Das wird übel. Das ist unser Auftrag. So. Okay. Sehr cool. Wie Rosenblätter. Interessant. Hm. Okay, können wir dich kaputt machen. Gut. Hätte sein können, dass das hier ein Niedelstein ist. So. Wie machen wir das? Ja, so nicht. Hm. Okay. Was ist denn da passiert? Wie ist denn der jetzt gestorben? Hab nicht hingeschaut. Konnte nicht hinschauen. Hm. Ja, seltsam. So. Okay. Interessanter Schrei. Die schreien interessant. Hm. Ja. Hast du verdient? Ihr habt alle verkackt. So. Und das ist die Strafe dafür. Ja. Und so dumm wie sie auch sind, haben sie jetzt noch mehr verdient. Und statt einfach hier wegzugehen, immer die gleiche Route. Ja, komm, lösen wir ihn. Von seiner Dummheit. So. Ja, komische Wesen. Tschüss. So. Willst du einen Zaubertrick sehen? Passe gut an. Wie du siehst, habe ich nichts in die linke Ärmel und nichts in die rechte. Aber jetzt, ich wettele mit die Händen und sage das Zauberwort... Okay, mach mal. Und was dann? Hey, du hast es aber nicht gesagt. Du hast was anderes gesagt. Okay, Trick durchschaut. Er wollte einen nur verarschen. Hm. Okay. Nö, 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 nö. Komm ran. So. Gut. Hm. Okay, habe ich nichts übersehen. Dann, hui. Zweimal trinken. Oh, schon keine Kraft mehr. Ja. Okay, er kann nicht lange. Alles klar. Ja, zeig nochmal. So. Er kann echt nicht lange. Du, 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 du. So. Danke, Speicherfee. So habe ich ihn getötet. Alles klar. Das war der ganze Trick. Und da ist auch einer versteckt. Männi. So, du bist frei. Na, schon wieder ein Hund. Toll. Ein Hund mit Brille. Na, ist was anderes. Huch. Ach, nö, jetzt muss ich wieder. Ach, nö. Na, wieder hier hin. Das ist erst zum Schrein. Richtig. Ja, was war das denn? Richtig zum Schrein. So, noch einmal. So. Tja. Okay. War interessant gedreht. So, und schon wieder hier. Ja, gut. Das war ein toller Umweg. Richtig. Richtig toll. So. Hm. Ah, okay. Was zum Fliegen. Ah, das wird ja noch interessant. So. Okay, aber nichts übersehen. Gut. So, was geht hier ab? Diese ganze Magie ist nur Ihre Führung. Weißt du? Deshalb statisch diese Wirbelwind da drüben. Abra Kadabra. Na, mach mal. Hm, okay. Keine Ahnung, was das bringt, aber mach mal. Ja, und ich kann auch da reingehen. Ist kein Problem. So. Ja, und halt keine Kraft mehr. Na, muss erst mal einsammeln. So. So. Ja, zu spät eingesetzt. Oder nee, zu früh. Zu früh eingesetzt. Hm. Na, ist echt zum Schreien. So, komm ran. Komm ran. Komm ran. Und jetzt kommt keiner mehr ran. So. Dankeschön. Ja, noch mehr Edelsteine. Wir brauchen alle. Erst mal den Rest einsammeln. Und dann den Drecksack verkloppen. Medaillen. Und dann haben wir die 15.000. So. Müssen das hier tun. Hm. Ja, wer schreit denn hier? So langsam nervt's. Dankeschön. Okay. Wirbelsturm. Komm. Hier war sonst nichts versteckt. Okay. Nochmal. Jetzt darfst du. Na los. So. Ja, zeig's nochmal. Hab dich hingeschaut. Oh, interessant. So. Okay. Dankeschön. Und... Na, zuerst mal du. Oh, da ist schon wieder der Drecksack. Da ist er schon wieder. Ja, vorsichtig. Lass dich runterstürmen. Und genau deswegen wurde es hier so platziert. Damit das ja passiert. Na, geh du schon wieder. Der Drecksack. Spyro, wusstest du, dass ich ein talentierter Amateur-Magier bin? Meine Spezialität ist der, äh, erstaunliche Brückenausfahr-Trick. Würde ich dir gern zeigen. Brauch aber zuerst eine kleine Spende. Für meine Unkosten. Du verstehst schon. Mhm. Na, ich versteh schon. Okay, lassen wir Magie weg. Dann bist du ein talentierter Amateur. Das bist du. Okay, 1.000 schon wieder. Oh, ich freu mich schon so sehr darauf, ihn zu verkloppen. Jeden einzelner Edelstein einzeln aus ihm raus. Müssen dann hier so 15.000 Mal auf ihn einprügeln. Medaillen. Oh, das ist jetzt schön. Ja, nicht schon wieder. Sehr gut. Äh, mal schauen. Fokus, pokus, zappel die Zang. Diese Brücke wird wieder lang. Na, ist ja toll. Hast du fein gemacht. So, hier. Kleine Kostprobe. Ganz kostenlos. Oh, das wird so schön. Ja, und was machst du? Ich arbeite an einem tollen neuen Zaubertrick. Aber dieser Bär stört mich dabei. Ja, stört mich auch. Der stört mich auch. Der muss weg. Schnauze. So einfach geht das. Ja, genau. Weggezaubert. Ich ganz allein. Nun, ich könnte dir meinen neuen Trick zeigen. Wenn du mir verspriesst, es nicht dem grossen Zamboni zu sagen, der klaut mir immer alles. A la Kazam. Okay, alles klar. Okay, der ist schon bereit. Das sieht echt gruselig aus. Hm. Okay, okay. Oh, interessant. So. Okay, so müssen wir sie erledigen. Und zwar schnell. Bevor er nicht mehr kann. Mann. Wie gemein. Na, so ne Scheiße. Toll. Hm. Okay. Ich glaube, die schreien hier rum. Hm. So, habt ihr. Na schön. Na schön. Müssen wir anders tun. Nein. Ja, nochmal. So. Und dann nachher nochmal. Hui. Schön drehen. So, erwischt. Schön. Schön. Dann ist alles frei. So. Einmal hier noch. Okay. Da sind noch ein paar. Die was wollen. Hm. Okay, sie schlachen sich besser an als die Ninjas. Das ist auch interessant. So. Schon ein bisschen peinlich. Ach ne. Kommt hier noch ein Rennen. Da ist sich ein AC aus dieser Stern. No, noch nicht. Was kommt denn hier noch für ein Scheiss? Ich hoffe, ich habe nichts übersehen. Hoffe ich. Ok. Sieht gut aus. Habe nichts übersehen, gut. Ja, okay, Glück gehabt. Ansonsten hätte ich was an dir ausprobiert. Okay, Leute. Ist jetzt auch frei. Okay, ist wieder so einer. Alles klar. Hm. Okay, da ist noch eine Schatzkiste. Hm. Ah, kommt jetzt auch wieder. Alles klar. Hm. Okay, und hier ist noch sowas. Ja, was ist denn hier los? Wo bin ich hier? Ja, was schreibt denn hier? Was zum Teufel ist hier los? Ach, ne, ne Rutsche. Oh, das wird ätzend. Okay, hier muss ich alles einsammeln. Ist dann wohl nur dafür. Für die Edelsteine? Wow. Wow, da hat Sparks bloß nichts übersehen. Wehe du, nimmst was nicht mit. Nimm alles mit. Nimm bloß alles mit. Das will ich nicht nochmal tun. Okay, okay, okay. Hm, 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 hm. Geschafft, okay, schön. Hoffe ich habe hier nichts übersehen. Ja, das war ja interessant. Wie bei Super Mario oder Mario 64. Na, schön. Eloise, schön gerettet. Na toll, das ist der Dank. Angeniesst zu werden, ist ja toll. So, schnell weg hier. Schön sauber machen gleich. Irgendwo. Okay, gehen wir mal hier hin. Hui. So, was haben wir denn hier zu tun? Hm. Können da hin, okay. Ah, wieder Yeti-Action. Willkommen, verehrter Drache, Bentley. Ja, danke. Das ist aber nett. Guten Abend, Spyro. Der erstaunliche Randini wird gleich seine Fingerfertigkeit demonstrieren. Seine Show soll ziemlich beeindruckend sein. Ich werde sie mir ansehen. Okay, da bin ich gespannt. Ist das hier im Bosskampf? Hört sich so an. Was ist hier mit Randini? Was hat denn der vor? Was hat der vor? So, erst mal hier sammeln. So, geh du mal weg. Schön verschieben. Okay, müssen wir ihm wohl helfen. Bei seiner Zauberkunst. Ja, alles einsammeln. Dankeschön. Okay. Das wird doch interessant. Ja, was ist denn hier los? Hm. Ich fürchte, meine Zaubershow war zu aufregend für die Maulwürfe. Sie brauchen nur einen Klaps auf den Kopf, um sich zu beruhigen. Du siehst aus, als könntest du hier helfen. Hm. Ja, okay. Darin bin ich gut. Maulwürfe hauen. Okay, das müssen wir spielen. Alles klar. Ja, da ist Bentley perfekt. Ein leichter Klaps auf den Kopf sollte sie beruhigen. Aber Vorsicht. Meine Freunde versuchen, ihnen nachzugraben. Okay, deine Freunde. Triff nicht die Gnome. Okay, so ein Spiel. Alles klar. Das wird ja ein Spass. Ich will es mal einsammeln. Ich will es mal einsammeln hier. Dann haben wir das schon mal. Hm. Okay, bis ich mal da bin. Dann sind die auch schon wieder weg. So. Hm. Ah, die darf ich nicht treffen. Hm. Okay, es wird echt ätzend. Ah, es wird echt ätzend. So. Okay, ich darf keinen von ihnen treffen. Gar keinen. Dann hoffe ich mal, dass sie hier nicht in mich reinlaufen. Da sehe ich schon kommen, dass das passieren würde. Irgendwann, irgendwie. So. Hm. Tja. Okay. Dann muss ich noch mal tun. Tja, nicht geklappt. Keine Ahnung, warum, aber es hat nicht geklappt. Okay, jetzt aber. Komm ran. Komm ran. So. Hm. 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 Hab ich was blockiert. Hm, hm. Hm, hm. Hm, hm. Hm. Hm, hm. Hm, hm. Hm. Geh weg. Hm. Hm. Mann, du Penner. Oh, kannst du diese Vorlärsche nicht hier wegschicken? Die Vorlärsche. Ja, die Penner. Toll. Na, was machen die überhaupt hier? Als ob das was hilft. So. Alle verkloppen hier. Schnauze. So. So. Hm. Am besten immer die, die gerade frisch rauskommen. So. Oder gerade so reinlaufen. Das geht auch. Das geht auch. Das geht auch. Und das geht auch. Schön. Na, gib her. Okay, Hank. Oh, wurde befreit. Schön. Hm. Oh, das ist Connor. Alles klar, sind die besten Freunde. So, das ist dafür für diesen Scheiss. Mit deinen dämlichen Freunden. So. Dann hier noch der Röst. Okay, es war... ...interessante Bentley-Action. Richtig interessant. Okay, wir können wieder gehen. Oder sehe er unten irgendwo was? Der zeigt irgendwo nach unten. Hm. Okay, wieso zeigt er nach unten? Oder zeigt hier hin? Ja, gut, dann tschüss. Ja, wir sind fertig hier. Okay, und hier können wir noch fliegen. Äh... Okay, da oben. Ich wollte schon sagen, das ist nur die Frage, wohin? Aber ich glaube, da nach oben. Hm. Okay. So. Na, umgekehrt Steuerung. Richtig toll. Wieder richtig toll. Zur Kreis. Schön angesprungen. Das war nett. Mit Baseball-Cab. Okay, okay. Hm. Na, wo bin ich hier? Hm. Oh, das wird schön. Das wird schön. Yay. Hm. Na, immer schön einzeln. Tate, noch ein Mann. War jetzt auch nicht so schön. Hm. Leider zu schnell explodiert. Nicht schade. Hm. Das hat nicht geklappt. Jetzt bin ich enttäuscht. Hm. Okay, irgendwo da drüben. Okay, wo bin ich hier? Hm. Achso, hier bin ich. Okay. Flugtieb fangen. Ach, stimmt. Äh. Oder ne, das war woanders. Hatte noch ein Dieb in Erinnerung, aber das war... ...bei der Hauptwelt. Stimmt. Okay, so einer ist hier noch. Und da müssen wir dann fliegen. Oh, das wird ja toll. Das wird ja jetzt nicht. Okay, jetzt müssen wir noch einmal da hin. Wir müssen fliegen. Hm. Okay, schratt der hier so rum. Hm. Okay, irgendwie irgendwo da oben. Da müssen wir auch noch hinfliegen. Okay. Alles klar. So. Ja, und das ist es auch noch. Wo ist hier der Schlüssel? Hm. Okay, da ist der Flugtieb. Ah, schnauze Bentley. Ich bin hier fertig. Der Flugtieb. Hm. Okay, das wird ja toll. Das wird ja spannend. Hm. Na so, ein bisschen abkürzen. Habt ihr. Schön, Max. Hab Max befreit. Schön. So, ich darf jetzt mal die Tasse auffüllen. Ich muss jetzt hier öfters trinken. Vor allem im Sommer noch mehr. Vor allem im Sommer noch mehr. Okay. Wir müssen noch da oben hin. Ah, ja Ein Edelstein, okay Aber wo ist dann hier der Schlüssel? Wo ist der Schlüssel versteckt? Müssen wir suchen Das wird ja toll Okay, da ist er, alles klar Haben ihn Nein, nein, nicht runterfallen jetzt So, wir beenden es Ist hoffentlich das letzte hier Und dann haben wir es So Gut Zum Glück keine lange Sucherei Yay, wir haben es, gut Wir können nach Hause gehen So Schön nach Hause gehen Gut, das Level hier hätten wir auch Perfekt Perfekt So, wir gehen Tschüss Das wäre komisch interessant, das Level hier Hm Tja Okay Dann kommt nachher der andere Dieb Noch mehr Dieb-Action Müssen wir ihn noch irgendwie fangen Hm So, wir gehen Und dann So, wir gehen Und dann So, wir gehen